Nächsten Kandidaten, Marco, der Bademeister, die Frauen, die ihm vertrauen, der an dem Beckenrand steht, dass keiner reinspringt. Ich bin gespannt, er singt von den Flippers, Lotusblüte, ich bin gespannt, hier schon rein. Man muss jetzt kein, ähm, ja, Zauberer sein, um zu sehen, dass das definitiv nichts wert ist. Also lieber Bademeister, war nicht gereicht, aber es war auch einfach unterirdisch, muss man sagen, ähm, ja, besser soll er lieber Bademeister sein, das ist auch ein guter Job, also bis dahin ist gut und wir gucken weiter in diesen Kanadierungen in den Glocken mit denjenigen für DSDS 2.